Ja Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video mit einem ziemlich schönen Menschen. Apostel ist wieder mit dabei. Was geht? Geiler Schwede. I'm back, bitches! I'm back, bitches! Ihr habt die ganze... Well, no, actually, Rebby's back, because he can never fucking keep the times. Okay, also ich muss kurz erklären, Leute. Ich hab vielleicht ein paar Mal verschoben die Aufnahme jetzt so ungefähr drei bis sechs Mal. Das Ding ist, wir spielen neuen Battle Pass, Leute, und ich bin jetzt einfach so krank gehyptiger, mit dir das Ding durchzuziehen. Okay, Philipp, wir beide gegen die Welt, okay? Okay. Ich spiele aus Prinzip, aber nur Skins aus dem alten Battle Pass, ne? Nur, dass du Bescheid weißt, weil... You don't like the Skins at all? I love him, I love him, but I want him to be different than the others, okay? So, Leute, es gibt keine große Challenges. Ich wollte einfach nochmal eine Runde mit Apostel drehen. Und ich würde sagen, gehen wir direkt hier runter, oder? Zum neuen Club in the Disco. In the Disco Club. Ah, let's go to Spandau! Spandau! Also, Leute, hier gibt es nochmal ganz kurz einen Clip davon, wie wir diesen kompletten Club hier abgebaut haben. Und uns gewundert haben, hey, warte mal, wo kommt eigentlich die Musik her? Und warum hast du eine Maske auf und wieso liegt da überhaupt Stroh? Wo kommt die Musik jetzt noch her? Ohne Witz, Alter. Wer hat das verarscht, Mann? Hier ist eine ganz kleine Box. Oha. Hä? Wo kommt die Musik her, Bro? Hallo, Leute? Also, neuer Battle Pass ist draußen. Ihr habt das gestrige Video gesehen, da wurde auf jeden Fall schon ordentlich über die Sequence gesprochen. Und wir haben hier oben, Leute, auch noch ein weiteres Segment. Ich weiß nicht, ob das ganz so interessant für euch ist. Wir haben nämlich hier oben, Leute, in diesem Berg hier, noch eine Raketenstation. Kann man auf jeden Fall mal auschecken. Ich würde sagen, geht einfach mal hin. Gebt euch das mal, Leute. Ist ganz interessant. Apostel, was glaubst du hat Epic Games vor? Diese ganzen neuen Secrets und so weiter und so fort. Was glaubst du, hä? Okay, lass mal yo zum Hotel, okay? Ich bin echt mal gespannt, was noch alles da auf uns zukommt, Leute, im neuen Battle Pass. Wir haben eine Menge, Menge, Menge Sachen auf Reddit, die diskutiert werden und so weiter und so fort. Aber was jetzt daran wirklich stimmt und was eventuell nur Theorien sind, das kann man momentan noch nicht ausmachen. Das Witzigste ist, dass tatsächlich eine Menge, Menge Leute mit ihren Theorien, was die Kometen und alles antrifft, mit das die Depo und so weiter und so fort auf jeden Fall recht hatten. Enemies right in front of us. Oh, behind me. What the fuck? He's right next to you. Sorry, bro. It's good. I might be dead. No, you're not. Oh, yeah? There's one more pushing you. Oh, there's one more? Yeah, yeah. Hit him for 30 already. Dr. Stasse? Niven? Are we playing solo squad? Yeah, I guess. Yeah, we do. We do. It's hilted. It's hilted right next to me. Dude, he got a decent headshot. Like, for real. He's not down. Niven? Okay. Oh, my God. He just jumped up and he's gonna finish me. He's gonna finish me. Bro! You're not gonna win this, do you? Maybe. We'll see. Okay, watch out. There might be an enemy. Oh, yeah. Sure. Ooh. Dude! Okay, now I'm a little bit confused. Where the f*** did he go? Damn! Sorry, Junge. Oh, these guys have no idea. I mean, I have no idea, apparently. Behind you as well? Yeah, they're everywhere. Oh! It's a little bit of an issue. Bro, bro. How the hell are you gonna survive this? Oh, my God. Oh, my God. Was macht er denn hier, Alter? Wie kann man da nicht... Weis... Bruder, wie schafft man das, da nicht beizusterben? Nice. Ey, ich komm nicht klar. Ich komm nicht klar. Bruder. Bist du ein Mensch? Unreal. Okay, that was pretty hard. Bruder. Er ist der Auserwählte, sagt jemand im Chat. You had chosen one. How many materials did you waste here? Like all of it? A little bit more than I would like. Nice. Left hand side. Bro, how the hell? Nobody expected you. Das ist einfach nicht normal. Es tut mir leid. Nee, das ist einfach nicht menschlich. Oh, my God. This small hole. I would hate to play against you. Okay, just give it a trap kill or something. Das ist einfach nur geisteskrank, Alter. Ich meine, wir haben als Team gespielt. Wir haben als Team gespielt. 1 zu 19. Oh, no. No, no, no. This poor guy. This poor guy. Bye, bye. Well. Okay. Okay, okay, okay. Are we gonna talk about this or just let it be? No, no, no. It's fine. Okay, Leute. Ich würde sagen, so viel zu meiner Reaction Time. Die erste Runde wollte ich natürlich nur reagieren. Mehr nicht, klar. Da habe ich mich extra umbringen lassen. Gehen wir Solo-Squad einfach Dusty runter, oder? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Leute. Schaut auf jeden Fall mal bei meinem lieben Philipp vorbei. Apostel, falls ihr ihn noch nicht kennt. Checkt mal seinen YouTube-Kanal aus, wenn ihr ähnliche Plays regelmäßig sehen wollt, Leute. Should we aim for the house, like with the white roof? I'll come there. How does this bitch hit me? Dance. Bro, 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 bro. I'm like 8 HP. Yeah, yeah, don't worry. Somebody jumping outside. He's coming in here. Probably. And he's opening the door. I got him. I got him. Yeah, it's my trap. It's my trap. Okay. I got him in the head once. Should we push him? Six times, I think. Okay, I got him. He's hiding behind the rock. Äh, ich glaube, ich glaube, wir sind hier durch. Ich glaube, wir können weitergehen, oder? Go towards Tilted Towers or something. Mhm. Bro, I love this fast traveling. Auf geht's, dicker. Lass uns Tilted zerstören, Bruder. Left hand side. Like over here. Destroy them. Can I have the scar? And the shark shark and the golden sniper? Oh, yeah, that's all mine. I can be your hero, baby. Tonight you are. Was machen wir nun? Was machen wir nun? Lass uns ein Abenteuer erleben. You're down for an adventure? Yeah, always. Okay, hier ist auch nichts, digga. Es ist für mich sehr, sehr schwierig, vielleicht als Zuschauer, oder wer da mitbekommen könnt, immer so viel in ähnlichem Deutsch zu wechseln, weil mein Gehirn nicht in der Lage ist, so später Stunden zu arbeiten. Aber das ist in Ordnung, denn das Schöne daran ist, dass Philipp tatsächlich innerhalb von... Wie lange hast du gebraucht, bis du Deutsch gelernt hast? Einein und halben Monate oder so. Ja, das ist extrem krass, weil Deutsch ist tatsächlich so die heftigste Sprache. Überhaupt hier vorne ist nochmal ein großer Schildrang für dich, Schatz. Komm mal her zu mir. Es ist wirklich beachtlich, also das ist schon crazy, digga. Ich glaube, ein Lootleg oder sowas müssten da Leute sein, also wenn in Tilted nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Komm her! Enemies? Perfect! Perfect! Recht auf dir, hinter dir, hinter dir! Knock one? Der! Der, I down! Oh, there is a place in Tilted. Where? Ah, I see him. They don't seem terrible. Oh, there are people up here as well. Near me. Near me. Near me. Oh my god. Like where? I'm crawling down. I'm crawling down. I'm on you. Careful. Where is he? Where is he? On me, on me, on me, on me, on me. Aw. Well, let's try another one then, huh? Perfect! Okay, Leute. Wir haben jetzt genug gestruggled. Ich musste die Tür aufmachen für Kevin. Orange. Dementsprechend gerade ein bisschen schwierig gewesen. Er ist daran schuld, sonst hätten wir den Winner natürlich jetzt geholt. Aber ist okay, ist okay, weißt du? I might go a little bit short this time, I think. Mhm. Come here. Chest in here. Chest in here. Come to me. Come to me. We got a weapon for you. Two people coming for you. One down. Okay, take this weapon, bro. Take this weapon. Take it. Another one. Looks good for me. They're coming. Oh, perfect. Oh, bro. You keep destroying them. Got him. You're crazy, bro. You're crazy. Okay, so we survived Dusty. There's a player. There's a player next to me. Three freaking players. We're going to push them from behind. Maybe this somehow works out. How didn't he die? What the fuck? He got like an 80 hit from me. Okay, let's go salty now. Maybe. What the fuck, bro? Come down here. Do you find another Easter egg? Yeah. Somehow. It's a... Bro, it's a streaming setup. Careful, there's a fella on the top floor. Yeah, come down here. Come down here. Bro, this is like Ninja's corner. Look at this. This is a map streaming setup. You see this? There's a microphone and stuff. Telephone. All you need. No mouse, no keyboard, but still. Hi, guys. I'm a gaming girl. Show your boobs, Dan. Wait. Wait. No, no, no. We're just doing a live... Yeah, stay in here. I just want a live stream. Come on. Donation. Yeah, 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 yeah. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Okay. Sorry, we're not hating on anyone in particular. Yeah, he's in the other house. Um. Yeah, I don't know. I killed one of those guys. Being rushed. He fell down. Nice. There's one more guy at the shifty shaft. Link the house. Mm-hmm. Should I push him? Uh, go for it if you want. I hit him three times, I think. He's on the right side of the house. Oh, he got sniped. Holy mo- he got lit up. Careful. Okay, back. Back to streaming. Oh, no. Okay. From above, right? Yeah, 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 but there's people behind the house as well. Are you stepping in my house? Nope. Okay, bro. Then there's an enemy next to me. He's coming down. If he jumps down, I'll hurt him. How did he die? Careful, careful. Fuck, fuck, fuck. Just build yourself in. I'm doing. John Vickers, like, hit. He's pretty, pretty low. You can push him. I can't push anyone. I'm just hoping that they kill him. Don't go out. Don't go out. Keep building. He died. Okay, so they're southwest of you. Okay. I'm just healing up. And I'm good again. One guy is coming to you. Right next to you. I'm coming down. Fuck, he finished me. And he's gonna finish me as well, I guess. No, I'm safe. Behind the stairs. Sneaking in here, okay? No way! There are two squads. Okay, 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 okay. Leute, leider gibt's heute kein Wind zu sehen. Also, wir hatten schon einen, aber der Rest, das ist, also, irgendwie unmöglich. Aber, Philipp. Yeah. Dafür müssen wir das nachholen, okay? Mhm. Die Leute kriegen ihren Wind, versprochen? Yes. Okay, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, schaut unbedingt bei Philipp vorbei. Das war's von diesem wunderschönen Video. Genau, macht's gut. Heuterein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.